So, zu später Stunde komme ich dann doch nochmal online. Hab irgendwie Bock, doch ein bisschen Maurica zu zocken. Vielleicht kriegen wir ja doch noch irgendwie, wie auch immer, die 10.000 Punkte hin. Ich bezweifle es zwar langsam, es wird gefühlt immer schwieriger. Keine Ahnung. Ich habe jetzt schon ein, zwei Leute gefunden, einer noch mit 99.000 Punkten und hast es nicht gesehen. Ah, es wird immer schwieriger. Also, wenn du Bock hast, dabei zu sein, einfach auf Twitch vorbeischauen, Kart86 und in dem Sinne, haut rein.